In Axel fliegt jetzt hier eine Fireblade. An wie viel S? An 6 S. In Bad Winneberg zum gemütlichen Speedfliegen. Messanlage ist aufgebaut 200 Meter. Strecke gilt es zu durchfliegen mit zwei Kameras. Wird die Geschwindigkeit ermittelt. Wolling. 356 habe ich verstanden. 347, sah schneller aus. 255, sah irlandes. 356, sah irlandes. 356, sah irlandes. 357, sah irlandes. sauber 352 kmh der Durchschnitt